In den Dünen von Dauntorp im niederländischen Den Haag brannte in der Neujahrsnacht das größte Feuer der Welt. Freiwillige hatten am Silvesterabend den riesigen Holzstapel gebaut und die harte Arbeit hat sich gelohnt. Denn das Feuer war nicht nur kilometerweit zu sehen, auch das Guinness Buch der Rekorde bestätigte, dass es weltweit wohl kein größeres gab. Die Holländer brachen damit übrigens einen Rekord, der immerhin sieben Jahre gehalten werden konnte. Denn das bislang größte Neujahrsfeuer der Welt wurde seit 2007 in Slowenien abgebrannt.